Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Richtungswechsel anzunehmen bei Erster Mat Odgens in Evagardesund, an dieser Position. Ich nehme die Quest gleich mal an, zeige euch das Gebäude auch von außen, damit ihr wisst, wo die Quest einzunehmen ist. Es sind auch Gegner, die man töten darf. So, gewunden befindet sich Navigator Schwinn. Ich kann auch die Map aufmachen, obwohl ich glaube, es nicht nötig ist. Einfach anklicken und dann die Sprechblase anklicken. Ich warte noch kurz hier. Genau. Darf man töten? Ich glaube zwei von denen muss man töten und einer wird dann freundlich gesinnt bleiben, oder zumindest in etwa. So, eins von eins. Weiter geht's. Da darf ich jetzt da hoch hüpfen. So, hier mag ich nicht mehr die Map auf. Auch Sprechblase anklicken. Okay, die mag ich auch nicht. Gut, Frau Tila. Erledigt. Nun geht's zu Rüstmeister Gillian. Da hinten steht er. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, welche freundlich werden und welche man bekämpfen muss. Ob das zufällig ist oder ob das fest vorgegeben ist. Keine Ahnung. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Darf nun in dieses Gebäude laufen zum Abgeben. Quest ist abzugeben bei Erster Mat Odgens in Evagadesund in dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe das Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Vielen Dank.